herzlich willkommen in unserer kochschule von one kitchen und ich bin angie für die die neu dazukommen es gibt eine neue küchenmaschine und zwar habe ich jetzt entdeckt auf den kartons von kitchen aid steht jetzt drauf weltweit number one also nicht nur ist die 100 jahre alt ist tatsächlich auch weltweit die meistverkaufte küchenmaschine und das hat natürlich ganz viele gründe abgesehen von denen dass sie einfach so wunderschön ist kommen wir gleich zu diesem modell hier und das ist auch der grund warum ich hier vor euch stehe es gibt eine neue farbe kitchen aid ist natürlich auch immer am zahn der zeit und guckt so was ist los in der welt und jetzt ist es ein pebbelt green geworden die neue farbe der saison pebbelt green heißt das also palmen strand oder irgendwas mit palmen das besondere ist die haptik ihr könnt es nicht sehen ihr könnt sehen aber ihr könnt es nicht fühlen ich kann es fühlen es hat eben diesen raueren charakter es ist nicht diese lackierte oberfläche wie einige der küchenmaschinen sondern es ist so ein bisschen wie dieses gusseisen also es hat so eine ganz schöne haptik und lässt sich natürlich dadurch auch super reinigen aber das besondere ist wirklich dieser tiefe moosgrüne ja diese farb diese dieser farbakzent also eine tolle super schöne farbe sehr kultig und das gute daran ist jetzt haben wir manchmal farben gemacht und dann gab es nur die maschine und jetzt wollen wir ja vielleicht auch mal einen wasserkocher oder einen toaster oder ein mixer kaufen und es gibt von pebbelt palm auch tatsächlich ein wasserkocher und toaster und mixer das heißt ihr könnt ihr euch die ganze familie kaufen in pebbelt green die neue farbe und das ist eine ksm 185 was bedeutet ihr habt gleich eine drei liter schüssel dabei und die rührelemente sind in edelstahl der spritschutz ist dabei ihr habt dieses schön geprägte laufband hier also ksm 185 wenn ihr mehr wissen wollt schaut auf unserer webseite da findet ihr alle farben und alle modelle ja Untertitelung des ZDF, 2020